Oh nein, oh nein, jetzt hat er... Oh... Flieg, Baby, flieg zum Sieg, flieg zum Sieg! Oh, hat er Juti gemacht, hat er Juti gemacht. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zu einem vielleicht... Ach, schneller, es geht jetzt schon los. ...letzten Spielmoment, lauft da einfach nicht los. Bleibt doch einfach stehen. Oh man. Ja, gleich schummeln will der Boy, ne? Alter! Der sagt, ey, ich mach dann die auf... Ne, ist mega viel zu spät. Alter! So, wir können doch hier gemütlich stehen bleiben. Sondern wir beide, oder? Ja, ja. Herzlich willkommen übrigens, wieso? Vertraue die Ihnen nicht mehr. Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Ich hoffe, ihr hattet wieder einen wunderschönen Samstag. Wollen wir auch? Ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen, Leute. Ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen, so. Worum geht's? Soll ich erklären? Willst du erklären? Ja, mach mal. Mach mal. Dann kann ich mich hier schon mal kennenzulernen. Das... Das gute Spiel heißt Speedwonders. Äh, der eine oder andere wird's wahrscheinlich schon kennen. Und zwar wir laufen jetzt gleich in die rechte Richtung. Eine Warte für euch dann. Ähm. Und dann müssen... Ja, wer zuerst aus dem Bild rausfällt, sag ich mal, der hat verloren. So. Es gibt drei Punkte pro Map. Wer zuerst drei Punkte sozusagen hat, hat sozusagen die Map gewonnen. Und wir machen halt Best of Five. Das heißt, wer zuerst drei Maps gewonnen hat, hat den Punkt bei Scharmütze. So. Das ist eigentlich schon alles. Ähm. So konzentriert. Ich... Ganz ruhig Leute heute. Ganz ruhig. So. Ich zieh runter. Ja, warte. Nicht, dass es heißt hier... Ich hab... Ja, 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 ja. Ich hab grad schon geguckt, deswegen. Los, los! Ne, quatsch. Okay, dann geht es los. In... Drei, zwei, eins, los! Okay, das ist leichter T-Shirt, das ist gut. Ah, verdammt. Das war Y. Was ist denn das? Oh, jetzt kommt noch ne Zeit dazu. Ja. Okay, das schaffen wir so viel. Ah doch, gib doch ne Zeit. Okay. Ist nicht schlimm. Ah, ich weiß, was da passiert. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein. Fuck. Der Bildschirm wird nämlich kleiner. Kommst du jetzt so schnell da hoch? Scheiße. Oh, lau. Nein, der geht's unten durch. Scheiße. Verdammt, nein. Was hab ich jetzt noch? Ich hab's noch. Scheiße, da lang. Ja, komm. Bitch, lauf. Entschuldigung. Das war jetzt... Ja. Verdammt. Nein, jetzt bin ich da rüber gesprungen. Oh nein. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich krieg'n Herzepack. Oh, geht's denn jetzt hier weiter? Oh Gott. Oh nein, der ist ja auch durchgekommen. Na. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, mein Herz rast gerade, ne? Mein Herz rast gerade. Wie ging's denn jetzt hier weiter? Nein, du bist ja wieder auf einmal so schnell. Nein, ich hab schon wieder die Scheiße hier vergessen. Nein, verdammt, nein. Nein. Äh. Alter, ich hab' gewonnen. Alter. Ich... Nein, hier geht's wieder nach links. Fuck. Leg' mich doch am Arsch. Oh, nein. Fuck. Ja. Peter. Okay, das geht gleich weiter, ne? Oh, ich fall' gleich wieder hin, Alter. Okay. Oh, der war doof, der war doof. Fuck. Äh. Nein. Verdammte Scheiße. Lauf, lauf. Lauf zum Sieg. Fühl den Rhythmus. Fühl die Musik. Dieser Bob bringt uns zum Sieg. Oh, du bist noch nicht tot. Jetzt. Ja. Ich schwitze wieder, Alter. Ich schwitze. Ich schwitze auch, Alter. Oh, was? Nein, Mann. Drück doch mal den Stopp, Alter. Nein. Oh, lauf. Ich verkackte es hier immer, Alter, dass es hier rum geht. Voll auf der Kante hängen geblieben. So. Drücken. Scheiße. Beat. Nein. Nein, Kisten. Nein, Kisten. Oh, lauf, Baby. Komm, Schnuckel. Nein, nein, nein. Oh, Baby, 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 Baby. Hit me. Oh, Gott. Gehe ich mir schon an die Nolo, Entschuldigung. Liebe Grüße. Auf dieser Strecke ist er nämlich immer ziemlich schnell. Nein, ducken. Fuuuuh. Hier bist du wieder so schnell, Alter. Oh, nein. Verkackert. Fuck, Alter. Oh. Oh. Oh, mein Kopf rennen. Oh, was heißt so früh? Oh. Oh. Scheiße. Nein, Kisten. Jetzt hier sauber hochkommen. Oh, yes, Baby, komm. Nein. Verdammt. Yes. Oh, das ist jetzt scheiße. Oh, das ist jetzt scheiße. Oh, nein. Äh... Erste Map für mich. Äh... Ah... Oh, neue Map. Das machen wir hier einfach durch, ne? Wir brauchen ja nur drei Maps. Oh. Okay, neue Map. Oh. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott, bin ich doof. Ähm... Hier hoch, da hoch. Scheiße, ich hab keine Ahnung. so vor schon wieder hängen geblieben muss aufhören nicht in die Kiste und nicht in die Kiste die Zeit aufgeholt so Leute so ruhig sind aber Scheiße der Schwung war scheiße Nein Nein hat die Kisten zum Glück mitgenommen Nein Kiste oh Nein nicht schon wieder in die Kisten Alter Ja er ist zum Glück übergesprungen Ja ja naja aber ich Nein Scheiße Nein Oh komm Baby lauf lauf Was kam jetzt noch hier Was kam jetzt noch Leute Was kam denn jetzt hier Wenn man sich das mal merken würde was hier kommt ne Oh Nein Scheiße zu sehr abgebremst Verdammt Oh Jetzt glaube ich hier wieder nach oben ne oder Hier verkackt er meistens aber diesmal nicht Oh hier kam Kisten Nein ich bin jetzt da selber rübergesprungen Oh nein Oh nein Oh Oh nein Oh nein Oh nein Scheiße diese Kisten hier oben Oh Oh Ah jetzt kommt wieder hier der Übergang Scheiße Ja Ich hab den Übergang vergessen Okay Nein Hier geht's durch Sehr schön Oh ich hab schon wieder eine Kiste so mitgenommen Ich kann nicht oben langlaufen du Pisser Nein Oh yes Alter das war der erste Ich muss Dio Also wenn wir Scheiße spielen muss ich echt Dio ohne die Achsel machen ne Bei manchen Spielen Was musst du machen? Dio ohne die Achsel Wichser Oh jetzt war ich zu langsam jetzt hatte ich Kinspeed gehabt Oh der ist hab ich zu sehr abgebremst Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh jetzt hab ich Oh durch die Kisten durch Noch ist nix alles Noch ist nix gegessen Besser wieder alter Die Frage welcher Weg Äh glaube ich Vielleicht Oh Oh Du hast ne Kiste auf mich geworfen Wie machst du denn das? Ja ist richtig Das sag ich dir nicht Ah ok Das musst du jetzt selber rauskriegen Das hab ich jetzt gerade Oh jetzt hab ich mir so verkackert Scheiße Oh wie hat man hier unser eigener Wege ne Haken wir irgendwie ja Alter Wichser ok hat aber nicht so viel gebracht Ach du hast mich schon aufgehalten Ach hier oben lang ist er hier kacke gewesen In die Kisten Kisten Apropos Kisten Ey Boah alter wieder mal ne lange Aufnahme Ist egal ist spannend Alter naja spannend weiß ich nicht ob das spannend ist wenn die Zuschauer Nein Für mich geht's hier um was Das ist Das geht jetzt hier nicht nur um für dich um irgendwas ne Ah also Ah ist ein Kisten Oh Nicht oben lang Du Sacknase Alter Leck mich doch am Arsch Oh nein bin ich selber übergesprungen Beide dumm alter Wut 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 Komm her Oh nein du Alter du bist so ein Strich Scheiße ich wusste nicht mehr wo es kam Nein Nein Ach 2 0 Oh nein Oh Leute Oh Leute Ich spiele schon seit 11 Minuten Das ist echt anstrengend Ach die gehen und bleiben liegen War Scheiße ich rutsche manchmal beim Stick ab Alter Oh schön genommen Schön genommen Oh Bist du ein kleiner Assi weißt du das Bist du ein kleiner Wichser Noch ein Spiel Schmeißt du mir die Kisten genau da in den Weg alter Ganz ruhig hat eben auch schon mal 3 2 0 geführt Oder gestern nicht eben Gestern hat er so eine neue Map Ja geht irgendwie nicht oder Wieso was So ich kann die Map nicht nehmen die du da willst Bei mir ist die Was soll hier mit Null steht hier oder nicht Vielleicht hat er so ein fettes Schloss bei mir Gab sich das trotzdem immer Ja deshalb ich warte einfach mal ich will einfach mal nichts Leute 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 Ist alles verschwitzt hier Ich bin wirklich aufgeregt ne Leute Wirklich aufgeregt Für dich geht's um alles Das ist jetzt die Map ja ne Ich bin noch ein bisschen entspannter Wo ist immer lang Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Wo gehst du das lang Ich hab keine Ahnung Geht's hier lang Ne hier geht's nicht lang Verdammt Okay er ist rechts lang Hey doch mal gleich Oh Wow Wow Oh das sieht nicht gut aus Oh Oh ja Da hätte man nicht lang gesollt Lang gesollt 1 0 Leute Leute Ich muss Okay die Map ist tricky Konzentrieren Oh was war das Weiß ich nicht Oh oben lang Oh die Kiste hab ich jetzt nicht gesehen Noch ne Kiste Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Jetzt hat er Oh Flieg Baby Flieg zum Sieg Flieg zum Sieg Oh Hat er Jut gemacht Hat er Jut gemacht Alter Dein erster Sieg Dein erster Sieg überhaupt Ne ich glaube ich hatte schon mal einen Punkt irgendwo Aber ja das ist äh Du bist echt besser in dem Spiel Wobei es halt auch spannend ist Also so ist es nicht Wow Okay Okay Da lang also nicht Oh verdammt Scheiße Oh nein Scheiße Ah nein Du Weg Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Schneck geht umlau Hier war oben lang ja auch wieder Oh mein Mann Ah fuck Jetzt hat er mich wieder Wenn er jetzt da vorn Scheiße So jetzt muss ich nur durch die Säule durch Nö Oh nein Ja Da ist nämlich der Punkt Alter Ja die Säule ist tödlich Die ist echt tödlich Oh 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 Schieß dich nach oben die Säule Nein stimmt Oh nein 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 Geh doch runter Oh Leute Oh 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 Fuck Oh verkackt Oh Lol Oh scheiße Ich muss hier rüber Was war's Habe ich gewonnen? Habe ich gewonnen? Sag es bitte Ja ich freu mich Steht 7 zu 6 Und das ganze ist auf nächstes wochenende vertagt Leute Was ihn grad freut mich Ich hab's irgendwo hingeworfen Bei den nächsten beiden Spielen bin ich gespannt Wenn man einen Tag aufnimmt, würde ich jetzt hier alle zusammenschreien So Das ärgert mich jetzt ein bisschen, aber ich war in diesem Spiel Tatsache unterlegen Deshalb ist dieses Coffee-Ding da Das war echt wichtig, das kann ich nie wieder installieren Ey, Coffee spielen nicht gewesen, Alter Das war echt wichtig für mich, weil in dem Spiel war ich wirklich Ich muss zugeben, echt nicht so gut Da war er wirklich besser Naja, aber in den letzten beiden In den letzten beiden Games wird es sich zeigen Es steht jetzt 7 zu 6 für mich Genau, du musst beide Spiele nächstes Wochenende gewinnen Und mir reicht eins davon Immer noch eng Immer noch eng, 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 eng Ach komm, mach mal ein 7-7 drauf, da ist es ein bisschen spannend Wer darf dann, achso ich darf Ah, guck, guck, ich habe jetzt mal gewonnen Ich stehe eh fest, ist egal Wieso? Ich stehe noch gar nichts fest Wir haben die zwei Spiele ausgesucht Ich muss das jetzt gerade Ich darf wieder Ja, dass der gerade labert Ich muss jetzt erstmal das verarbeiten Ich kotze gerade ein bisschen Hab ich gestern Lütti In diesem Sinne, liebe Leute Danke für Alter Perfickte Scheiße Danke fürs Daumen drücken Danke, danke, danke Weiterhin noch fest an mich Komm bitte, ich schaffe das noch Ich will das nicht machen Ich will das nicht machen Ich will das nicht machen Ich will ein Abo leiden sehen Äh, in diesem Sinne Haut der Rinsen mit dem Grinsen Ist dann da oben, kann es auch gleich loben Schreibt mal was in den Comments Äh Followt, followt uns Wie nett man es heutzutage Instagramt uns Das alles unten drinnen Einfach draufklicken Zwittern Einfach mal annehmen Dass ihr auf dem Laufenden bleibt Äh In diesem Sinne Sagen wir Tschüss Der liebe Amporen Und der Wiese Wiesel Bis nächste Woche Tschüssi Oder rein Bis dann